Antenne MV Alle Hits im besten Mix Wer Großes erreichen will Muss einen Schritt nach dem anderen machen Und manchmal auch seinen Standort ändern 3, 2, 1, Liftoff Antenne MV wagt den Sprung Nach tollen Jahren Tauschen wir die idyllische Landluft gegen den Küstenwind Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen In unserer schönen neuen Welt Ab jetzt sendet Antenne MV Live aus den brandneuen Studios im Rostocker Bahnhofsviertel Ich möchte Ihnen im Namen aller ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren Ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch Gratulation von meiner Seite Ich finde es absolut klasse, weiter so Ich bin an eurer Seite und toll, toll, toll und alles Liebe und einen fetten Schmatzen Das ist so cool Freu dich mit uns auf neue Überraschungen und noch mehr Hits im besten Mix Alles neu? Alles neu? Nein Das Wichtigste bleibt beim Alten Für dich spielen wir weiter Songs, die Laune machen Gute Musik Gute Nachrichten Gute Unterhaltung Für Stadt, Land und Strand Für Mecklenburg-Vorpommern Was Eigenes und immer wieder neu Danke fürs Einschalten Jetzt aus Mecklenburg-Vorpommern Für Mecklenburg-Vorpommern Die Antenne MV Nachrichten Mit mehr Themen, die unser Land bewegen Fürs Land und die Küste Das Mecklenburg-Vorpommern-Wetter Ja, da sehe ich doch tatsächlich schon so ein bisschen was von blauem Himmel Zwischen den vielen grau-weißen Wolken hier in Rostock Also das wird vielleicht doch noch ein bisschen schöner heute den Tag über Das Antenne MV Verkehrscenter A19 Rostock Richtung Berlin Hier ist die Ausfahrt im Kreuz Rostock Richtung Stettin Beärte und fahren geht am besten über die Ausfahrt Kessin Und dann wieder rauf auf die A20-Auffahrt Dummersdorf Gebaut wird ab heute in Spurief Und zwar auf der 321 an der Friedlitzschuss Das Antenne MV Blitzer Update Mecklenburg-Vorpommern-Bester-Prühwarn-Service Und zwar auf der 321 an der Friedlitzschuss Und weiter geht's Hier ist dein Sender für Mecklenburg-Vorpommern Für Stadt, Land und Strand Antenne MV Das ist neu Antenne MV spielt ab sofort mehr Deutsche Hits Und zahlt hier sogar was dafür Rohren auf für Timos 10.000 Euro Das ist viel Geld für viel deutsche Musik Timo Klose überrascht dich jetzt schon morgens Seine Mission Mehr Musik aus Deutschland spielen Es gibt nichts Und mehr Deutsche Hits bei uns heißt mehr Geld für dich Immer wenn du zwei Deutsche Hits direkt nacheinander hörst Ist das 500 Euro wert Spielen wir sogar drei Deutsche Hits am Stück Winken dir 1.000 Euro Merk dir unsere Gewinner-Outline 0381 4033 4x4 Lande im Studio und kassier die Prämie Und das kann jederzeit passieren Morgens bei Timo Klose Tagsüber oder auf dem Weg nach Hause Jetzt länger hören Schneller gewinnen Mit Timo's 10.000 Euro Nur bei Antenne MV Antenne MV Der beste Mix mehr neue Hits Und jetzt ein Hit-Gigant der 80er Antenne MV Neue Hits Antenne MV Der beste Mix mehr neue Hits Antenne MV Der beste Mix mehr neue Hits Mehr neue Hits Antenne MV Antenne MV Der beste Mix mehr neue Hits Antenne MV Wir haben Großes von ihnen zu erwarten Für dich spielen wir weiter Songs, die Laune machen Wir recherchieren neue Nachrichten Und berichten mit unseren MV-Reportern Wir verraten dir das offizielle Mecklenburg-Vorpommern-Wetter Geben alle Infos aus unserem Verkehrscenter Sofort an dich weiter und garantieren dir Und garantieren dir den zuverlässigsten Blitzer Frühwarn-Service Gute Musik Gute Nachrichten Gute Unterhaltung Für Stadt, Land und Strand Für Stadt, Land und Strand Für Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern-Wetter Trocken und kühl geht's durch die Nacht Die Temperaturen, die bleiben so bei 2 Grad plus Stellenweise kann's auch mal da runterrutschen Und hier und da ein bisschen Frost geben Ansonsten kriegen wir am Tag wieder richtig schickes Wetter 11 Grad an den Küsten der Ostsee Und auf den Inseln Und bis 15 Grad an der Elbe Und um die Seenplatte Und weiter geht's Und jetzt ein Hit-Gigant der 90er Antenne Info